Ja, moin moin und Maddle, meine lieben Freunde. Wir sind beim großen Finale angekommen. Der letzte Teil der Bärchen League gibt's heute für euch. Bevor wir jetzt anfangen, einmal noch kurz zum Schwabenbärchen. Viele haben nämlich in den letzten Videos gefragt, ob ich noch vielleicht ein Interview mit ihr machen könnte, weil wohl noch einige Fragen offen sind, die ihr gerne beantwortet haben möchtet. Ich habe sie dann mal gefragt, ob sie da auch Bock drauf hat und sie hat zugestimmt. Von daher schreibt gerne mal eure Kommentare und eure Fragen hier unten rein unter das Video und dann machen wir daraus eine kleine Frage-Antwort-Runde, um euch auch alle Hintergrund-Infos zu geben, die ihr dann gerne haben möchtet. So, und nun fangen wir mit Teil 6 an. Musst mal messen und vielleicht heute früh ins Bett. Leichter gesagt als getan, hab gar nichts zu messen. Hm, muss vielleicht mal morgen aus der Apotheke eins mitnehmen. Jetzt schaue ich erstmal, wie es mir die Tage übergeht. Ja, mach das, Tee trinken. Hab nur Zitronentee, so löslichen. Ja, wie gesagt, mal abwarten. Ich nehme mal Melitonsin und dann schaue ich, wie es morgen ist. Das ist aber Eistee und kein Tee, wenn man krank ist, oder? Was anderes habe ich nicht, nur Cappuccino. Naja, hüpf jetzt mal eben in die Dusche. Musst mal kaufen. Tee ist gut. Ingwertee bei Krankheit. Okay, ich gehe gleich auch in die Badewanne. Hatte auch überlegt, ob ich in die Sauna soll heute. Aber ich denke, mache ich erst kommende Woche irgendwann mal. Mach das doch. Das ist super, wenn man krank ist. Da schwitzt du alles raus. Na ja, heute nimmer. Na dann, schon mal einen schönen Abend dir. Dir auch. Melde mich später nochmal. Okay, viel Spaß beim Baden. Dankeschön. Na du, telefoniere gerade mit meiner Freundin wegen Freitag und wir würden so um 11, 12 rum da sein. Gute Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Na du, was machst? Ich bin krank. Erkältung. Ich sitze rum und schreibe an meinem Buch. Oh je, gute Besserung. Hoffe, du bist schnell wieder fit. Ja, wird schon, dass wir uns am Freitag sehen können. Willst du nicht? Sorry, Handy ist lautlos. Doch, ich will. Allerdings geht es mir gerade so mies, dass ich das für keine gute Idee halte. Soll auch keine Ausrede sein, aber hab Halsschmerzen. Handy ist jetzt auf laut. Naja, aber du meintest ja, wann anders kannst du nicht, weil du so beschäftigt bist. Für dieses Jahr wird das nix, fürchte ich. Kann ja auch nix dafür. Ich werd nochmal nie krank. Das letzte Mal war 2013, aber ich bin dann meist sogar einen Monat krank. 2013 war es Januar und das Jahr darauf Februar. Seitdem nie wieder. Hier mal ein kurzer Einwurf von mir als Ofi. Das ist natürlich absoluter Blödsinn, was er da schon wieder erzählt. Wir alle wissen, dass es ständig irgendwie hieß, ah, ich bin schon wieder krank und er hat sich dann wieder mit die Tonsin reingeschwiffen. Aber natürlich, Rainer war das letzte Mal 2013 krank. Und genau das ist ja auch das Problem an Rainer. Er verstrickt sich jedes Mal in seinen Lügengeschichten, die halt alle, die ihn schon ein bisschen länger verfolgen, sofort aufdecken können. Das ist das Problem, wenn man halt sein gesamtes Leben ins Internet stellt, Rainer. Na okay, weiter im Text. Hm, okay, ja, bei mir wird's ab nächstes Jahr auch schwierig. Hm, Mist. Jupp. Tut mir echt leid. Sauna am Freitag war wohl keine gute Idee. Schade. Hätte mich so sehr gefreut. Ich mich auch. Heul Smilies? Sorry, aber im Moment geht es mir echt mies. Und wenn du bis Freitag wieder fit bist? Ich lege mich jetzt erstmal hin. Bin echt fertig. Sorry. Gute Nacht. Ah ja, okay. Gut. Kurier dich gut aus. Gute Nacht. Hab ich vor. Danke. Küsschen Smiley. Gerne. Guten Morgen. Na du, wie geht's? Naja, könnte besser sein. Was macht die Erkältung? Naja, es geht. Halsschmerzen sind aktuell weg, aber immer noch verschleimt und Kopfschmerzen. Außerdem fühle ich mich immer noch mäh. Hoffe, dir geht's schnell besser. Hoffe ich auch. Du musst dich gut auskurieren und viel Vitamine zu dir nehmen. Orangen oder Mandarinen. Am besten wegen Vitamin C. Okay. Ja. Als ich Corona hatte, hat mir das zum Beispiel voll geholfen. Okay. Hast du einen Corona-Test gemacht? Neulich, ja. Was heißt neulich? Vor ein paar Tagen. Es ist kein Corona. Hm. Mach am besten nochmal ein. Sicher ist sicher. Wer will mich denn angesteckt haben? Hab seitdem keinen Kontakt zum Menschen gehabt. Hier auch nochmal ein kurzer Einwurf von mir als Ofi. Rainer sagt hier, er kann sich ja nirgendwo angesteckt haben. Ich hatte ja gar keinen Kontakt zum Menschen. Meinte aber ja noch vor einer kurzen Zeit, er hat sich mit seinem Freund zum Poppen getroffen. Alleine an sowas kann man halt wieder sehr gut sehen. Dieses ganze Gespräch von Rainer basiert nur auf einem riesigen Lügenkonstrukt. Er kann einfach nicht normal mit einer Person sprechen. Er bekommt es selber halt nicht hin, einfach mal zu sagen, ja mein Leben ist im Moment recht langweilig, ich mach eigentlich gar nichts. Stattdessen muss er dann halt sowas sagen und solche Geschichten erfinden, wie, dass er sich mit irgendwelchen Typen trifft, um das Gespräch wieder auf die sexuelle Ebene zu bringen. Und sich natürlich als interessant darzustellen, weil er ja solche verrückten Sachen macht. Aber wie gesagt, jeder, der halt Rainer so ein bisschen kennt, hört hier natürlich sofort die ganzen Lügen schon wieder raus. Von daher, ja, Rainer, hat leider nicht geklappt mit deinen tollen Storys. Okay, und weiter im Text. Vielleicht war die Viruslast noch zu niedrig, um es nachzuweisen. Beispielsweise beim Einkaufen oder so kannst du dich auch anstecken. Deshalb mach am besten einen PCR-Test. Es ist kein Corona. Mein ist nur gut. Mach mir Sorgen. Ich weiß auch nicht, warum alle immer gleich an Corona denken. Hm, weil es halt rumgeht und Thema ist und damit auch nicht so zu spaßen ist. Hatte auch einen schwereren Verlauf und bin seither vorsichtiger. Ich habe keinerlei Anzeichen für Corona. Es ist eine Erkältung. Kann trotzdem Corona sein. Aber musst du wissen. Ich mach mir jetzt erstmal gegrillte Käse-Sandwich. Kurzer Einwurf nochmal von mir. Kasse-Sandwich. Und da fliegen wieder ein paar IQ-Punkte weg, wenn ich das vorlese. Okay, weiter im Text. Okay. Kann dich dein Kumpel von letztens, mit dem du Sex hattest, angesteckt haben? Ihr wart doch im Pornokino vor ein paar Tagen. Oder ist er fit? Nicht mal. Ich habe mich bestimmt erkältet, als ich in der Sauna war. Es hat geschneit, ich kam nackt und verschwitzt aus der Sauna. Und klar, dass ich da krank werde. Es ist kein Corona. Und ich stehe gar nicht drauf, wenn jemand versucht, mir was einzureden. Hm, okay. Naja, eine Erkältung kommt eigentlich von Bakterien, nicht von Kälte. Aber was weiß ich schon. Ich hatte auch Bio in der Schule. Danke. Ja, alles gut. Wie gesagt, wenn das Freitag klappt, weil du bis dahin wieder halbwegs fit bist, muss ich trotzdem sicher gehen, dass das kein Corona oder so ist. Ich bin Risikopatientin und habe auch Arbeit und so weiter zu erledigen. Da könnte ich es einfach nicht riskieren. Ist auch nicht böse gemeint. Wie gesagt, mache mir nur Sorgen. Ich stehe auch nicht drauf, blöd angemacht zu werden, wenn man nur den lieb gemeinten Rat gibt, weil man Interesse am anderen hat. Stehe ich auch nicht. Gute Nacht. Na dann, gute Nacht. Hier nochmal ein kurzer Einwurf, weil gerade das beim Tageswechsel jetzt hier passt. Und dann ging es dann wieder weiter. Bist das alles du? Ich bin noch stärker verschleimt, leider. Oh je, das tut mir leid. Ich hoffe sehr, dass es dir bald besser geht. Hoffe ich auch, habe keine Lust an Weihnachten krank zu sein. Bin jetzt an einkaufen und will da ein paar Plätzchen backen. Meine Nase ist auch schon ganz wund. Oh wie cool, backpaar für mich mit. Ja. Hihi. Na du, wie geht's, wie steht's? Passt schon, ich bin gerade am backen. Wie ist es bei dir? Oh cool, viel Spaß. Was für Plätzchen backst du denn? Bei mir ist alles gut, nur total müde heute und es ist so kalt. Ich mache dir später ein Foto. Da werde ich bestimmt neidisch. Hihi. Ja, verstehe ich. Muss auch noch backen dieses Jahr. Die kannst echt leicht nachmachen. Kannst in jedem Supermarkt kaufen, müssen nur geschnitten und gebacken werden. Wow, das ist ja echt praktisch. Wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ja. Mega, probiere ich mal aus. Mach das. Ja, mega. Meinst du, du bist bis Freitag wieder halbwegs fit? Nee, ich glaube eher, dass es schlimmer wird aktuell. Aktuell huste ich wie ein Verrückter. Puh, oh je, okay. Dir natürlich gute Besserung weiterhin. Sorry, aber ich denke, das wird dieses Jahr nichts mehr. Danke. Oh Mann, so schade. Sorry. Hm, ja, alles gut. Bin nur traurig deshalb, aber du kannst da ja nichts für. Bin ich auch. So schade, aber da steckt man ja nicht drin. Stimmt. Kommendes Jahr wird Anfang auch schwierig. Hast du selber gesagt, dass du Januar viel vorhast. Ich muss auch mal schauen, was bei mir abgeht. Ja, genau. Da müsste ich was freischaufeln, aber wir könnten ja in Kontakt bleiben. Ja. Weißt du denn schon grob, was bei dir ansteht im neuen Jahr und bezüglich Datum vielleicht, dass man vorausplanen kann? Im Moment nicht. Erfahre ich erst kurz vor Januar. Okay, ja, melde dich dann einfach. Das wäre super, dass ich auch planen kann. Logo. Super duper. Sieht lecker aus. Ist es auch. Auch voll süß mit dem Herzchen. Ja. Sind die für mich? Hihi. Würde dir welche abgeben, wenn du hier wärst. Das ist sehr nett von dir. Lecker. Schmecken echt gut. Sehen auch super aus. Ja. Hab auch gerade was gegessen. Was gab es? Salat mit Garnelen. Cool. Ja, hat auch gut geschmeckt. Denke ich mir. Na du, was treibst du? Ich schaue Serie. Du? Werde nach der Folge schlafen gehen. Ich gehe auch gleich ins Bett. War gerade noch mit dem Hund laufen. Okay, cool. Ja, war mega kalt. Glaube ich. Aber leider kein Schnee. Schade. Ja, mega. Magst du Schnee? Nee, außer wenn ich in die Sauna gehe. Magst du Sommer also lieber? Ja, bin ja auch ein Sommerkind. Ich auch. Okay. Ja. So, liege jetzt im Bett. Schlaf gut. Du auch. Bis morgen. Küsschen Smiley. Na du, guten Morgen. Guten Morgen. Na, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ja, warum? Oh, hab gar nicht gesehen, dass du vorhin noch geschrieben hast. Sorry. Meine Erkältung macht mir heute zu schaffen. Weil du nicht geantwortet hast. Hatte mir Sorgen gemacht. Oh nein, du Armer. Hab mir heute Morgen die Seele aus dem Leib gehustet und komme im Moment kaum vom Klo. Kurzer Einwurf von mir als Ofi? Ja, dann hätte man vielleicht nicht das ganze Blech von diesen Fertigkeksen essen sollen, Rainer. Und weiter im Text. Oh je, noch Magen-Darm dazu? Ja, ist nervig. Weiß nicht. Sieht das so aus, bin aber nicht sicher. Müsste vorhin erstmal ein bisschen Bart putzen. Sorry, weiß ist ekelhaft. Geh mir aber echt mies im Moment. Oh nein, du Armer. Ruhe dich gut aus, dass du schnell fit wirst. Ja, ich versuche es. Viel schlafen. Ja, wenn das nur ginge. Ich bin nicht der Vielschläfer. Drei bis fünf Stunden. Wenn ich krank bin, acht bis zehn und die habe ich schon. Zumindest ein bisschen hinlegen. Vielleicht einen Film nebenher anmachen. Das hilft schon viel. Mach ich ja dauernd. So, muss mal schnell aufs Klo. Bis später. Bis später. Was treibst du denn heute so? Meine Mutter kommt jetzt gleich vorbei. Holt schon mal die Sachen vom Hundle ab. Dann heute Nachmittag kommt der Freund von meiner Mama und holt das Hundle ab. Und dazwischen kommt meine Freundin. Die übernachtet heute hier. Und dann gehen wir eventuell später auf den Weihnachtsmarkt oder noch ins Kino. Mal gucken. Ja, so das ist mein Plan für heute. Und dann schläft meine Freundin heute hier. Und was wir morgen dann machen, weiß ich noch nicht so genau. Wollten ja eigentlich zu dir fahren. Aber du bist ja krank. Von daher müssen wir uns jetzt noch was anderes überlegen, was wir machen könnten. Aber ja, das war's. Ich muss jetzt auch noch ein bisschen Haushalt machen. Die Wäsche saugen. Sofa decken fürs Hundle. Frisch beziehen. Und die Spülmaschine mal an- und ausmachen. Beziehungsweise ein- und ausräumen. Ja, das war's eigentlich so grob. Also ich hab nicht so viel geplant heute. So ein paar Sachen, aber so dolle viel nicht. Muss aber auf jeden Fall aufräumen. Hier sieht es nämlich ein bisschen unordentlich aus. Ich mag das gar nicht. Vor allem wenn ein Besuch kommt. Und muss man meine Pflanzen noch gießen und so. Und die eine Pflanze wegschmeißen. Weil die ist nämlich meinen Katzen zum Opfer gefallen, leider. Ich weiß nicht, was sie damit haben. Hört sich cool an. Na, ich bin nicht fit, leider. Und im Moment auch gefährlich, weil die glauben zu wissen, wo ich bin. Haben einen Aufenthalt gepostet, der aber nicht stimmt. Aber da sind natürlich besonders aufmerksam. Okay, dann viel Spaß, euch beiden Süßen. Dankeschön, auf jeden Fall. Nicht wundern, ich bin nebenher am Staubsaugen. Das wirst ihr jetzt wahrscheinlich hören. Ja, ich freue mich auch total, dass meine Freundin kommt. Wir haben uns jetzt schon zwei Wochen nicht gesehen. Ist ja immer ein bisschen schwierig, weil die ja weiter weg wohnt von mir. Und da muss man dann immer den richtigen Zeitpunkt finden, wie es dann bei beiden Klappen treffen. Und ja, kann ich total verstehen, dass du da super aufmerksam bist. Ist ja auch echt total idiotisch, wirklich. Wir tun vor allem die leid, die immer wieder unter sowas leiden müssen. Ja, das tut mir auch leid. Irgendwann bekomme ich es hin. Hoffe ich auch sehr. Hi du, ich hoffe dir geht's gut. Meine Freundin und ich, wir gehen jetzt ins Kino. Wir schauen ein Horrorfilm. Sag mal hallo. Hallo. Geht's dir ein bisschen besser? Viel Spaß. Dame, ja, aber ich hab Brustschmerzen vom Husten. Oh nein, du Armer. Cool, ich bin am Schreiben, hab ein neues Buch angefangen. Viel Spaß. Wow, cool, worum geht's? Danke. Später, bin mitten im Schreibfluss. Hello, wir sind jetzt aus dem Kino raus und fahren nach Hause. Der Film war nicht so gut. Also, er war lustig für uns, aber an und für sich war kein so gruseliger Film, wie wir erwartet hätten. Und was machst du? Bist du noch am Schreiben? Lustiger Horrorfilm. Ah ja. Ja, das war irgendwie nicht so gruselig wie beschrieben. Ich hab mich gerade hingelegt und zocke. Ich weng am Tablet. Okay, viel Spaß. Danke, aber nett so schön, mit den Schmerzen. Werd bald schlafen. Oh nein, du Armer. Kann ich was tun? Nee. Okay, schade. Gute Nacht. Schlaf gut, ihr zwei. Du auch später. Na, guten Morgen. Guten Morgen. Na, wie geht's dir? Geht schon. Und bei euch beiden alles okay? Ja, auch alles gut. Cool. Magst du nachher telefonieren? Später, irgendwann vielleicht. Ja, ich bin am Schreiben, sorry. Okay. Weißt du schon, ob du telefonieren magst? Bin doch am Schreiben. Wenn dann am Abend. Okay, melde dich dann. Mach ich. Cool. Werd jetzt dann mal essen. Wie lange willst du denn reden? Sorry, war noch unterwegs. Schläfst du schon? Nee, aber telefonieren will ich jetzt eigentlich nicht mehr. War's schön? Okay, vielleicht morgen dann. Muss mal gucken, wie's zeitlich passt. Ja, war echt cool, aber mega kalt. Und was hast du gemacht? Muss morgen umziehen. Also wird das schwer. Mal sehen. Wenn ich dabei gewesen wäre, wäre dir warm gewesen. Nix rumgeärgert. Wieso umziehen? Hihi, ja, glaub ich auch. Hater. Oh je, Mann, wie blöd. Hilft nix. Ich hoffe, du findest was, wo du zur Ruhe kommen kannst, du armer. Ich auch. Lol, muss deswegen jetzt schlafen. Okay, ich fahre jetzt gerade heim. Dann wünsche ich dir schon mal eine gute Nacht. Schlaf gut und träum was Schönes. Danke, du auch. Danke dir. Kurzer Einwurf von mir als Ofi. Scheinbar hat Rainer an diesem Punkt ungefähr, vielleicht auch ein paar Stunden schon vorher, gemerkt, dass es sich hier um ein Bärchen handelt. Wir werden das gleich auch nochmal sehen. Und weiter geht's. Guten Morgen. Guten Morgen. Bin unterwegs, leider keine Zeit. Alles gut, ich muss heute und morgen auch babysitten. Hoffe dir geht's gut. Okay, viel Spaß. Danke dir. So, neue Wohnung, neues Glück. Bei dir alles gut? Ja, bei mir alles gut. Ja, bin heute schon früh am Morgen aufgebrochen, sodass es keiner mitbekommt. Ich denke, ich habe es gut geschafft. Bin jetzt jedenfalls neu untergebracht. Frage ist nur, wie lange. Ich hoffe so, dass du jetzt endlich zur Ruhe kommst. Naja, aber dass ich früh aufgebrochen bin, war ein guter Plan. Da sind die faulen Hater alle noch am Pennen. Haha. Ja, stimmt. Hast du gut ausgetrickst. XD. Naja. Mich stört nur, dass die Hater immer so eine Scheiße machen und Unbeteiligte angreifen. Echt ein trauriges Armutszeugnis. Da hast du recht. Das geht auch echt gar nicht. War aber eineinhalb Stunden unterwegs. So lang? Boah, du Armer. Und bin schon seit sechs wach. Naja, ist eben so. Puh, das ist echt früh. Naja, für Samstag schon. Unter der Woche geht's. Naja, bin erstmal safe. Jetzt erstmal neu einrichten. Melde mich später. Vielleicht können wir heute Abend callen. Heute Abend ist schlecht. Wie gesagt, bin Babysitten. Bis morgen Mittag. Ach Mist, hast du ja gesagt. Okay. Aber morgen Nachmittag, Abend? Okay. Na du? Danke. Du warst mir überaus dienlich, um die Hater in die Irre zu führen, was meine Abreisezeit angeht. Aber Spiel ist aus. Wie fühlt es sich an, wenn man verarscht wird und für die Zwecke anderer dient? Und dann war ich leider blockiert. So, und das war der letzte Satz, den das Bärchen und Rainer gewechselt haben. Ich persönlich gehe davon aus, dass Rainer gedacht hat, dass dieser Leak von seinem Aufenthaltsort Anfang Dezember, der rausgekommen ist und er ja hier auch bespricht, auf das Bärchen zurückzuführen ist. So von wegen, dass die sich irgendwie an sein Handy rangehackt hat oder sowas. Solche Vorstellungen hatte Rainer ja öfters mal. Ist natürlich absoluter Blödsinn, aber wie gesagt, wir wissen ja, dass Rainer Paranoia hat. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass daher dieser Gedankengang kommt. Okay, das war's mit dem Bärchen-Leak. Und wenn ihr noch Fragen an das Schwabenbärchen habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Wir machen dann ein Interview daraus. Und bis zum nächsten Video sage ich, Metal auf meine Freunde.